Hallo und herzlich Willkommen. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Heute haben wir so ein richtig ekelhaftes Thema vor uns. Ich freue mich, dass ihr trotzdem da seid. Die Runde tatsächlich heute ist ein bisschen kleiner, weil wir das Webinar jetzt nicht großartig über Newsletter usw. angekündigt haben. Es ist tatsächlich auch ein Thema, über das ich gefühlt seit Jahren schon immer wieder spreche, und zwar ungefähr seitdem ich einmal die Situation am eigenen Leib erfahren habe und gemerkt habe, wie gefährlich so nachträgliche Steuervorauszahlungen sein können. Es geht mehr um den Mechanismus dahinter, der da so passieren kann, als jetzt tatsächlich um den konkreten Einzelfall. Ich habe mir heute ein Beispiel ausgedacht, das gehen wir mal gemeinsam durch. Das heißt, ihr könntet euch bei dem Beispiel auch denken, dass Melchior etwas Ähnliches mit anderen Zahlen gemacht hat. Und ich habe auch ehrlicherweise immer mitbekommen, dass das auch bei relativ vielen Steuerberatern trotzdem passiert. Und warum das trotzdem auch mit einem Steuerberater passieren kann, auch das zeige ich euch. Heute geht es um das unglaublich sexy Thema nachträgliche Vorauszahlungen. Nachträgliche Vorauszahlungen, da macht schon jedes normal denkende Menschenhirn einen Knoten, weil entweder etwas nachträglich oder halt voraus und nicht nachträglich voraus. Ja, im Steuerrecht ist das aber möglich. Das heißt, im Steuerrecht gibt es auch nachträgliche Steuervorauszahlungen, die einen richtig kalt erwischen können. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so eine Steuerfalle, die ganz häufig, gerade für Gründer, auch gerade für gut laufende Selbstständigkeiten, das Todesurteil bedeuten können. Und das ist gar nicht so übertrieben, also physisch nicht, aber tatsächlich, deine Selbstständigkeit kann dabei darauf gehen. Warum das so ist und wie das funktioniert, das schauen wir uns heute mal ein bisschen im Detail an. Unsere Agenda ist nämlich heute, wir gucken uns überhaupt erst einmal an, welche Steuern musst du bezahlen, wann musst du sie bezahlen. Wir müssen einmal ausrechnen oder werden einmal ausrechnen. Wie sich eigentlich Vorauszahlungen berechnen. Da gibt es aber wahnsinnig viel Verwirrung, was zahle ich eigentlich wann und wie viel und was bucht das Finanzamt eigentlich schon wieder ab und so weiter. Dann gehen wir einmal ganz kurz darauf an, wann man eigentlich so seine Steuererklärung macht und wann man sie machen müsste. Dann gucken wir uns das Ganze, und das geht ehrlicherweise so ein bisschen unter in der Agenda, einen Beispielfall von einem Gründer an, der sich selbstständig macht, bei dem das ganze Business rollt, der dann aber aufgrund von einem sehr menschlichen Verhalten in eine etwas schwierigere Situation gerät. Und genau das gucken wir uns einfach mal gemeinsam an und lernen dann hoffentlich anschließend gemeinsam was daraus. Das ist der Plan für heute. Und damit würde ich auch direkt zum ersten inhaltlichen Punkt springen. Und zwar, wer eigentlich welche Steuern zahlen muss. Und ihr müsst als Selbstständige, je nachdem wie ihr euch selbstständig angemeldet habt, entweder zwei oder drei Steuerarten zahlen. Ob ihr tatsächlich drei Steuern, also Gewerbesteuer zahlt, ist abhängig davon, ob ihr Freiberufler seid. Und die Unterscheidung zwischen Freiberuflich und Gewerbe würde hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Wir haben dazu auch ein vertiefendes Video aufgenommen, das findet ihr auf dem Kanal. Aber auch, wie immer, habe ich quasi Backup. Michelle hört quasi gerade zu. Michelle kann uns bestimmt das Video zur Freiberuflichkeit und Gewerbe auch nochmal in den Chat posten. Das heißt, wenn ihr euch da nicht hundertprozentig sicher seid, guckt euch das gerne mal an. Und Gewerbetreibenden zahlen Gewerbesteuer, Freiberufler nicht zahlen dafür aber mehr Einkommenssteuer. Das heißt, unterm Strich ist tatsächlich der finanzielle Vorteil gar nicht wirklich gegeben, sondern es ist eher so der bürokratische Vorteil, dass Freiberufler einfach eine Steuererklärung weniger machen müssen. Und dann zahlen grundsätzlich alle selbstständigen Umsatzsteuer. Da sagen jetzt vielleicht die einen oder anderen von euch schon, wie mache ich ja gar nicht, weil ich habe nur umsatzsteuerfreie Umsätze oder ich bin Kleinunternehmer oder wie auch immer. Ihr seid trotzdem umsatzsteuerpflichtig und müsst eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Das heißt, auch Kleinunternehmer müssen eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Und wenn der Umsatz steigt, müssen sie halt trotzdem auch Umsatzsteuer bezahlen. Das heißt, die Umsatzsteuerpflicht besteht trotzdem, auch wenn die Steuer nicht erhoben wird. Einkommenssteuer muss jeder von uns bezahlen oder zumindest die Einkommenssteuererklärung abmachen. Jeder, der zumindest selbstständig ist. Und zahlen muss eigentlich auch jeder, der mehr als 10.000 Euro pro Jahr verdient hat. Alles unter, 10.000 ist nicht ganz korrekt, 9.744 Euro ist der Grundfreibetrag. Der soll aber gerade auch noch angehoben werden. Es ist gerade in der ganzen laufenden Debatte da, dass der Grundfreibetrag nochmal angehoben wird, auch für dieses Jahr noch. Würde dann für uns alle ein bisschen Steuersparnis bedeuten. Genau, aber grundsätzlich muss jeder Einkommenssteuer zahlen. Außer ihr habt eine GmbH oder AG oder UG oder sowas. Dann zahlt die Gesellschaft keine Einkommenssteuer, sondern eine Körperschaftsteuer. Und die Körperschaftsteuer ist quasi die Einkommenssteuer für die Körperschaften, also für die Kapitalgesellschaften. Gewerbesteuer, habe ich schon gesagt, machen Gewerbetreibende. Und was auch relativ klar ist, wann muss man die Steuern zahlen. Das wird jeder von euch wissen. Ihr zahlt nicht einmal im Jahr eure gesamte Steuer für das ganze Jahr. Das macht fast gar keiner. Angestellte machen das auch nicht. Die Angestellte haben monatlich in ihrer Gehaltsabrechnung einfach so einen Abzug für Lohnsteuer. Und diese Lohnsteuerabzüge in der Gehaltsabrechnung sind dann die Vorauszahlungen für die jährliche Einkommenssteuer und können dann da reingerechnet werden. Da Angestellte ja kein Gehalt bekommen, können sie auch keine Gehaltsabzüge haben. Das heißt, sie müssen irgendwie anders Steuern vorauszahlen. Der Staat vertraut uns Steuerpflichtigen nicht, dass wir das Geld das ganze Jahr zur Seite legen und dann einmal im Jahr mit dem Steuerbescheid bezahlen. Meiner Meinung nach durchaus zu Recht. Das würden viele Leute nicht hinbekommen, das Geld zur Seite zu packen. Vor allen Dingen nicht bei dem komplizierten Steuerrecht. Deswegen müssen dann regelmäßig Vorauszahlungen geleistet werden. Und das ist erstmal grundsätzlich wichtig zu wissen. Deswegen zahlt ihr sowieso regelmäßig auch Steuern voraus. Und diese Termine könnt ihr euch auch fix eintragen, weil es sind immer die gleichen Daten. Das heißt, ihr könnt gleich einen Kalender-Reminder reinpacken. Wichtig ist aber auch, ihr müsst für alle Steuerarten, das habe ich erzählt, eine Steuererklärung machen. Das heißt, ihr müsst auch eine Einkommensteuererklärung machen, auch wenn ihr unterm Grundfreibetrag verdient. Ihr müsst auch eine Umsatzsteuererklärung machen, wenn ihr Kleinunternehmer seid usw. Und genau das, was ich erzählt habe, ist, einmal im Jahr Steuern zahlen ist nicht besonders praktikabel. Deswegen will das Finanzamt früher Kohle. Und einfach aus der Vereinfachung heraus fängt die Vorauszahlung aber nicht sofort an, sondern erst, wenn du einen bestimmten Betrag an Steuern quasi erreichst. Das heißt, wenn du im ganzen Jahr 300 € Steuern zahlen musst, dann zahlst du sie trotzdem jährlich, weil 300 € traut uns Gott sei Dank das Finanzamt noch zu, dass wir das unterjährig zur Seite legen. Wenn es viel mehr ist, dann sieht das anders aus. Dann musst du halt quartalsweise vorauszahlen oder monatlich, je nachdem. Das heißt, eigentlich könnt ihr euch merken, wenn ihr über 400 € für Einkommensteuer und Gewerbesteuer pro Jahr zahlen müsst, dann müsst ihr quartalsweise zahlen. Das heißt, 100 € pro Vorauszahlung, das ist quasi so das Minimum, darunter werdet ihr nichts zahlen. Und die festen Termine, die ihr euch merken könnt, sind einmal für die Umsatzsteuer. Umsatzsteuer funktioniert immer so ein bisschen anders als die anderen. Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten und zwar einmal, also eigentlich gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die, die ich erwähnt habe und zwar einmal im Jahr. Bei der Umsatzsteuer liegt die Grenze nicht bei 400 € Steuern, sondern bei 1.000. Das heißt, wenn ihr unter 1.000 € Umsatzsteuer im letzten Jahr zahlen müsstet, dann ist euer Voranmeldezeitraum quasi das Jahr. Das heißt, dann reicht es vollkommen, wenn ihr einmal im Jahr einfach die Umsatzsteuererklärung macht, dann müsst ihr keine unterjährigen Berechnungen und Voranmeldungen machen usw. Das gilt dann halt auch für die ganzen jährlichen Geschichten. Also alle, die umsatzsteuerfreie Umsätze machen, alle Kleinunternehmer usw., die sind automatisch alle unter 1.000 € und müssen deswegen nur einmal im Jahr die Umsatzsteuer berechnen und die Umsatzsteuererklärung abgeben. Sobald ihr über 1.000 € Umsatzsteuer seid im letzten Jahr, also auch tatsächlich jetzt in 2022, wenn ihr letztes Jahr, also für 2021 mehr als 1.000 €, aber weniger als 7.500 € im gesamten Jahr Umsatzsteuer gezahlt habt, dann müsst ihr eine quartalsweise Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben und die ist dann fällig halt immer am 10. nach dem Quartal. Also wir haben jetzt ja Ende März, das heißt, das Quartal ist quasi fast vorbei. Das heißt, jetzt haben, liebe Grüße an unser Buchhaltungsteam, die haben gerade richtig Stress oder scharren mit den Hufen, weil sie werden in zwei Tagen richtig Stress haben, weil dann haben sie genau 10 Tage Zeit, die Umsatzsteuer-Voranmeldung für das gesamte erste Quartal für alle unsere Mandanten zu machen. Ist jedes Mal ein taffer Sprint nach dem Quartal. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Das heißt, 10. April ist sie dann fällig und dann das zweite Quartal ist dann vorbei Ende Juni und das 10. Juli und dann 10. Oktober und 10. Januar. Das sind halt die vier Quartale. Ihr habt eine Möglichkeit und zwar könnt ihr grundsätzlich auch eine Dauerfristverlängerung beantragen. Das heißt, dann verschiebt sich das alles in einem Monat. Dann müsst ihr das nicht bis zum 10. April abgeben, sondern bis zum 10. Mai. Da bin ich persönlich nicht so ein riesengroßer Fan davon. Warum das so ist, kommen wir gleich auch noch dazu. Wenn ihr mehr als 7.500 Euro, also wie gesagt, vierteljährlich zwischen 1.000 und 7.500 Steuern pro Jahr, wenn ihr im letzten Jahr über 7.500 Euro Umsatzsteuer insgesamt gezahlt habt, dann müsst ihr monatlich eine Umsatzsteuer-Voranmeldung machen. Das heißt, dann macht ihr einfach jeden Monat und bis zum 10. des folgenden Monats müsst ihr quasi dann die monatliche Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben. Das heißt, wir müssen jetzt nicht nur für die ganzen Quartalsbuchhaltungen die Quartalsbuchhaltung für das erste Quartal machen, sondern wir müssen bis zum 10. April auch die Buchhaltungen für März machen. Aber auch hier gibt es eine Dauerfristverlängerung und die ergibt tatsächlich relativ wenig Sinn, weil ihr dann eine Sondervorauszahlung leisten müsst, damit ihr da überhaupt die Möglichkeit habt, das einen Monat später abzugeben. Das heißt, es kann aber auch sein, dass wir eine Dauerfristverlängerung haben, die jetzt zum 10. April erst der Februar fällig ist. Genau, das ist soweit erstmal zu den Terminen. Die Termine sehen bei der Einkommensteuer ein bisschen anders aus und zwar sind das immer feste Termine und auch immer feste Beträge. Das ist wichtig zu wissen. Das heißt, die ganzen Termine könnt ihr euch eigentlich in den Kalender schreiben, die verändern sich auch nicht. Die sind immer gleich. Das heißt, am 10. März habt ihr hoffentlich eure Einkommensteuer-Vorauszahlung bezahlt. Das ist quasi der Ersatz zu den Lohnsteuerabzügen, also zu der Gehaltsabrechnung und was da als Lohnsteuer einbehalten wird. Das ist quasi der Ersatz. Da Selbstständige das nicht haben, müssen sie halt Einkommensteuer vorauszahlen. Das machen sie nicht monatlich wie Angestellte, sondern immer quartalsweise, auch vollkommen unabhängig davon, wie viel Einkommensteuer gezahlt werden muss. Das heißt, auch wenn ihr 3 Millionen Euro Einkommensteuer für ein Jahr zahlt, dann wird das trotzdem durch viel gerechnet und dann zahlt ihr halt 750.000 Euro pro Quartal. Das heißt, ihr zahlt nicht monatlich, sondern immer quartalsweise. Das gleiche gilt übrigens auch für die Gewerbesteuer. Das heißt, wenn ihr gewerbesteuerpflichtig seid, dann teilt sich das ja ein bisschen auf, weil ihr weniger Einkommensteuer zahlt, dafür aber noch eine andere Steuerart habt und zwar die Gewerbesteuer und die ist immer genau dazwischen. Also ein Quartal sind ja 12 Wochen, um genau zu sein 13 Wochen, aber genau in der Mitte, zwischen den Zahlungen von der Einkommensteuer, ist dann die Gewerbesteuer fällig. Auch das, könnt ihr euch merken, sind auch immer die gleichen Termine. Und da müsst ihr halt immer Gewerbesteuer vorausbezahlen, deswegen nächster Termin ist dann der 15. Mai. Da erwartet dann die Gemeinde oder das Finanzamt die Gewerbesteuer von euch. Das heißt, Gewerbesteuerpflichtige Selbstständige zahlen dann ungefähr alle 6-7 Wochen Steuern voraus und Freiberufler halt einmal im Quartal. So viel dazu. Die Frage ist dann, was zahle ich denn wann? Also in der Praxis. Also ich erzähle euch halt einmal die Theorie. Das war jetzt die Theorie. Die Praxis ist doch häufig so, man hat ein Lastschriftmandat oder man kriegt wieder irgendeine Mahnung vom Finanzamt und da wird so ganz viel irgendwie zusammengerechnet. Das heißt, man ist sich nie so hundertprozentig sicher, was hat man jetzt bezahlt und für welches Jahr nochmal und so weiter. Und es ist wirklich wichtig, dass du einen Überblick darüber hast, welche Steuerart du für welches Jahr bezahlt hast. Und das ist wirklich wichtig und es ist wirklich, wenn das das Einzige ist, was ihr irgendwie heute gelernt habt oder heute lernt, dann ist es bitte das. Behaltet bitte einen Überblick, welche Steuer ihr für welches Jahr bezahlt habt. Denn es kann ja durchaus sein, wird das auch Nachzahlung, Rückzahlung, Abschlusszahlung, Vorauszahlung und so weiter alles zusammen irgendwie kommen. Denn zum Beispiel der 10. Juni könnte ja sein, dass das Finanzamt euch eine Mahnung schickt oder einfach vom Finanzamt abbucht. Das könnte die Umsatzsteuer-Voranmeldung für Mai sein, also für Mai 2022. Es könnte auch die zweite Einkommensteuer-Vorauszahlung für 2022 sein. Es könnte auch eine Gewerbesteuer-Abschlusszahlung für die Steuererklärung 2021 sein oder aber die Nachzahlung auf die Einkommensteuer von 2020, weil ihr die Einkommensteuererklärung erst später abgegeben habt oder nochmal einen Einspruch geschrieben habt und so weiter. Und ganz verwirrend wird das Ganze, wenn du zum Beispiel eine Umsatzsteuererstattung hast, aber eine Einkommensteuer-Vorauszahlung hast und die Gewerbesteuer war auch eine Erstattung, die Einkommensteuer wieder aber eine Zahlung und dann wird das alles miteinander verrechnet. Und ganz ehrlich, das Schlimmste, was ihr bekommen könnt, ist eine Umbuchungsmitteilung vom Finanzamt. Wenn ihr die kennt, kann man sie nicht lesen. Also das Finanzamt teilt ihr euch mit, welche Steuerart auf welche andere Steuerart irgendwie intern umgebucht wurde. Ganz ehrlich, ich sitze da jedes Mal davor. Ich habe den ganzen Quatsch studiert. Ich sitze da jedes Mal davor und muss mir denken, so wie war das nochmal? Da fällt mir manchmal so ein Zitat ein. Albert Einstein hat irgendwann mal gesagt, um eine Steuererklärung zu machen, muss man Philosoph sein. Für einen Mathematiker ist es viel zu schwierig. Und das denke ich mir jedes Mal, wenn ich diese Umbuchungsbenachrichtigungen vom Finanzamt sehe. Das heißt, in der Praxis sind das natürlich alle Steuerarten zusammen. Es ist aber wichtig, dass du einen Überblick darüber hast, welche Steuerart für welches Jahr du bezahlt hast. Weil wenn du da nicht den Überblick hast, dann passiert genau das, was ich euch gleich zeige, das sehr, sehr, sehr wehtun kann. Die Frage ist, wie wird eigentlich festgesetzt, wann du wieviel vorauszahlen musst? Das heißt, wir wissen jetzt ungefähr, wann du Umsatzsteuer zahlen musst, wann du Einkommenssteuer zahlen musst, wann du Gewerbesteuer zahlen musst. Mit der Umsatzsteuer haben wir eigentlich kein großes Problem. Habe ich hier ganz unten geschrieben. Bei der Umsatzsteuer machst du ja eine laufende Buchhaltung. Das heißt, du berechnest deine tatsächlichen Umsätze aus, du berechnest deine tatsächlichen Ausgaben auf, berechnest die Umsatzsteuer und schickst dann ja eine Mitteilung an das Finanzamt und zahlst dann das, was du berechnet hast. Das heißt, wenn du viel verdient hast, dann zahlst du halt viel. Wenn du wenig verdient hast, zahlst du wenig. So what? Also da gibt es nicht wirklich ein Risiko. Problematisch wird es bei der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer. Weil bei der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer, ich klammere die Körperschaftsteuer immer ein bisschen aus, das funktioniert genauso, aber die meisten von euch haben keine GmbH oder UG, deswegen klammere ich das so ein bisschen aus. Da ist immer die Berechnungsgrundlage für die Vorauszahlungen, die ihr zu leisten habt, euer letzter Steuerbescheid. Und der kann ja unter Umständen schon eine Weile her sein oder aber, keine Ahnung, ihr habt ihn noch gar nicht und es ist aufgrund der Schätzungen am Anfang bei eurer Gründung beruht. Oder wenn jetzt hier zum Beispiel, was haben wir denn jetzt heute? Wir haben jetzt im März 2022. Tatsächlich, wenn ihr einen Steuerberater habt, dann seid ihr mit eurer Steuererklärung 2020 noch nicht mehr zu spät. Das heißt, 2020 müsst ihr noch gar nicht haben, den Steuerbescheid. Das heißt, vielleicht ist euer letzter Steuerbescheid 2019. Könnt ihr euch noch daran erinnern, 2019? Es gibt so ein Virus, das ist nach 2019 benannt worden, Covid-19, weil das Ende 2019 entdeckt wurde. Das heißt, 2019, im ganzen Jahr gab es diese ganze Pandemie noch nicht. Versucht euch mal zu erinnern. Damals, als es noch nicht mal Corona gab, liefen einige Geschäfte noch ein bisschen anders als heute und auch in den letzten zwei Jahren. Aber dieser Steuerbescheid ist die Grundlage für die Vorauszahlungen, die du heute noch bezahlst und die du auch in den letzten Jahren bezahlt hast. Das heißt, deine Steuervorauszahlungen sind immer abhängig von dem letzten Steuerbescheid, der ja unter Umständen schon sehr, sehr lange her ist. Und tatsächlich wird die gesamte Steuerschuld eines Jahres genommen und einfach durch viel gerechnet, weil ihr habt vier Jahresraten, also jedes Quartal, vier Quartale. Und wenn ihr zum Beispiel 2019 20.000 Euro insgesamt Einkommenssteuer bezahlt habt, dann geht das Finanzamt hin und sagt, ihr habt für ein ganzes Jahr 20.000 Steuern gezahlt, ihr habt jetzt vier Quartale. Das heißt, du zahlst jetzt bitte 20.000 durch vier sind 5.000 Euro. Das heißt, zahl bitte ab jetzt so lange 5.000 Euro pro Quartal voraus, bis du halt einen neuen Steuerbescheid bekommst. Auch wenn das noch drei Jahre dauert. Du zahlst so lange einfach 5.000 Euro voraus und genau so wird es berechnet, was natürlich dazu führen kann, dass das sehr, sehr realitätsfern ist, weil natürlich das Einkommen schwankt halt. Also so wie es bei Selbstständigen halt ist, da wird nichts echt berechnet, sondern das schwankt halt extrem. Ein Businesspartner schreibt eine sehr gute Frage, auf die ich sofort direkt eingehe, ist, kann man unterjährig die Vorauszahlungen mindern, wenn erkennbar ist, dass der angegebene Jahresumsatz nicht erreicht wird. Genau. Wissen viele nicht? Kann man. Man kann jederzeit dem Finanzamt schreiben und sagen, dieses Jahr läuft ein bisschen schlechter. Ich würde das gerne nach unten anpassen lassen und dann wird das quasi angerechnet. Also, um ein Beispiel zu geben. Ich habe gesagt, jetzt 20.000 Euro Steuern für ein ganzes Jahr. Wenn du jetzt eine Berechnungsgrundlage hast, so eine monatliche Report, eine BWA, irgendwas, woraus hervorgeht, wie viel du bisher verdient hast und so ein bisschen Kalkulation, wie viel du in diesem Jahr wohl verdienen wirst. Und wenn du jetzt zwei Quartale schon bezahlt hast, also 10.000 Euro schon vorausgezahlt hast dieses Jahr, du aber nachweisen kannst aufgrund deiner Kalkulation, dass du nur davon ausgehst, dass du insgesamt nur 10.000 Euro zahlst, dann setzt das Finanzamt das sogar tatsächlich auf Null. Das heißt, du kannst jederzeit das anpassen lassen, sowohl nach oben als auch nach unten. Und das ist auch wichtig, das in beide Richtungen zu machen oder zumindest einen Überblick darüber zu haben. Aber genau das kann man machen, wissen tatsächlich aber gar nicht so viele. Da gibt es auch kein Formular und nichts dazu. Das heißt, da könnt ihr einfach einen Brief hinschreiben oder eine E-Mail oder anrufen wird wahrscheinlich nicht reichen, aber im Zweifel ruft ihr erstmal an und fragt, ob der werte Sachbearbeiter auch gerne eine E-Mail empfängt. Und wir erinnern uns an die Vor-Corona-Zeiten, genau. Damals war das Leben noch ein bisschen unbeschwert. Es gefühlt wahnsinnig her, aber das ist tatsächlich für viele Leute noch der letzte Steuerbescheid 2019. Und wann wird das Ganze denn eigentlich geupdatet? Und zwar einmal im Jahr mit der Steuererklärung. Die Steuererklärung muss ja am 31. Juli des Folgejahres gemacht werden. Das können sich auch alle von euch in den Kalender schreiben. Wenn ihr eure Steuererklärung selber macht, dann müsst ihr bis zum 31. Juli dieses Jahres eure Steuererklärung abgeben und zwar alle drei Steuerarten oder zwei, je nachdem, ob ihr Freiberufler oder Gewerbe seid. Das heißt, Einkommensteuer, Umsatzsteuer und gegebenenfalls Gewerbesteuer. Zeit-Info. Dieses Jahr ist übrigens der 31. Juli, glaube ich, ein Sonntag. Das heißt, wenn es ein Sonntag ist, dann ist es der nächste Werktag. Das heißt, dann müsst ihr das nicht vor dem abgegeben haben. Am Sonntag braucht das Finanzamt das auch nicht haben. Das heißt, immer wenn es auf einem Wochenende oder einen gesetzlichen Feiertag fällt, steuerlich generell, jede Frist, dann gilt dann der nächste Werktag. Grundsätzlich ist der 31. Juli, in diesem Jahr der erste Achte ist eure Deadline. Wenn ihr einen Steuerberater habt oder bei uns Mandant seid, dann gilt für euch eine ganz andere Frist. Und zwar ist es dann der 28. Februar des übernächsten Jahres. Und das Ganze wurde auch erheblich nochmal durch Corona verlängert. Also im letzten Jahr war es nicht der 31. Juli, sondern war das, glaube ich, der 31. Juli. Das heißt, es wurde um drei Monate verlängert und auch die Steuerberaterfrist wurde auch um drei Monate verlängert. Das heißt, die Frist für die Steuerberater für die Steuererklärungen 2020 sind im Augenblick der 31. Juli. Das heißt, dann hat 17 Monate Zeit ein Steuerberater, sich Steuererklärungen abzugeben. Das ist unfassbar lange. Übrigens, wenn du Mandant sein solltest und du hast uns noch nicht alle Unterlagen für 2020 gegeben, du erwartest von uns aber noch eine Steuererklärung 2020, dann bitte ich dich inständig, schick uns deine Dokumente für die Steuererklärung. Wir haben dich wahrscheinlich schon diverse Male daran erinnert, aber wir wollen das nicht gerne erst am letzten Tag vor der Deadline machen, sondern wir wollen das gerne so früh wie möglich erledigen. Das heißt, beim Paar Mandanten warten wir noch auf Unterlagen. Grundsätzlich auch nicht das Problem. Es wird immer erst dann immer ein Problem, wenn das viele Leute machen. Deswegen bitte, wenn ihr bei uns Mandanten seid, schickt uns so früh wie möglich die Dokumente und Unterlagen für die Steuererklärung. Ihr könnt uns auch gerne die schon für 2021 schicken. Wenn wir das haben, können wir anfangen zu arbeiten. Wenn wir es halt noch nicht haben und noch warten, dann halt noch nicht. Genau und man kann aufgrund von Corona, also Steuerberater sind gerade letztes Jahr und vorletztes Jahr für so viele Dinge zuständig gewesen, diese ganze Corona-Hilfe erst beantragen, dann die Rückabrechnung, jetzt gerade diese ganze Energiepauschale und solche Sachen, das was jetzt gerade so super aktuell ist, das soll auch irgendwie über die Steuererklärung geregelt werden. Das weiß ehrlicherweise noch keiner so genau wie es funktioniert, weil es gibt zwar die politische Absicht, dass das jetzt so gemacht wird, aber keiner weiß genau wie es ganz konkret funktioniert. Es gibt natürlich auch noch keine Software und keine Formulare, wo man es eintragen kann. Das heißt, die Steuerberater sind sehr, sehr ausgelastet, deswegen könnt ihr davon ausgehen, dass diese Frist auch nochmal verlängert wird. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, die Realität, und das ist so das, was ich eben schon skizziert habe, sieht doch ganz häufig so aus, dass man den ganzen Bums irgendwie zwei bis drei Jahre später macht. Das heißt, wir reden jetzt über Steuererklärungen für 2020, wir haben 2022. Und auch wenn wir mit potenziellen neuen Mandanten sprechen, ist das durchaus noch häufiger der Fall, dass 2019 vielleicht auch gerade erst so angefangen wurde. Und dann hat die Selbstständige ein bisschen verzweifelt aufgegeben und suche jetzt einen Steuerberater. Das kommt regelmäßig vor. Ich muss auch ganz ehrlicherweise sagen, ich will da auch nicht den Zeigefinger erheben. Das kostet ein bisschen Verspätungszuschläge, aber wenn du 200, 300 Euro dafür zahlst, das jetzt irgendwie drei Monate später abzugeben, und es dir das wert ist, Attacke, mach. Also da will ich jetzt nicht den mahnenden Zeigefinger erheben. Ich will es einfach euch sagen, wie es ist. Es ist eher die Regel, dass Steuererklärungen zu spät abgegeben werden, als dass es immer pünktlich in Time passiert. Gerade bei Selbstständigen, die es selber machen. Wir sehen das ja, wo die vorher waren. Steuerberater haben länger Zeit und deswegen ist es natürlich auch seltener zu spät. Problem ist, diese ganzen Vorauszahlungen summieren sich. Das heißt, ich habe jetzt die ganze Vorauszahlung gezahlt und so weiter und das Problem ist, wenn es gerade gut läuft. Und wie das genau abläuft, das gucken wir uns anhand eines Beispiels an, was ich mir fiktiv ausgedacht habe. Ich aber auch ehrlicherweise sagen muss, ich habe es in meinem Berufsalltag schon einige Male gesehen. Ich habe es selber schon erlebt, was eine zu spät abgegebene Steuererklärung, oder ich würde mal sagen, das ist noch nicht mal das Problem, sondern der fehlende Überblick über die aktuelle finanzielle und steuerliche Situation, wozu das führt. Und zwar erzählen wir uns mal die Geschichte von Arthur. Arthur hat sich selbstständig gemacht. Als IT-Berater, keine Ahnung, beispielsweise SAP, vielleicht auch was anderes. Vielleicht bringt er auch der Oma und dem Opa bei, wie sie ihren Laptop bedienen können und richtet den Fernseher ein. Wie auch immer, ist eigentlich auch egal, er ist Berater. Und zwar hat er sich selbstständig gemacht vor schon ziemlich langer Zeit eigentlich und zwar 2018. Und das heißt, er ist jetzt seit vier Jahren selbstständig und das läuft eigentlich ganz gut. Die Steuererklärung für 2018 hat er vielleicht irgendwie selber zusammengebastelt, hat sich durch die ganzen Tools gewühlt, die es so gibt. Das Problem von diesen ganzen Tools, also irgendwie so Taxfix und so weiter, ist ja, du kannst als Selbstständiger damit halt nicht deine Steuererklärung machen. Das heißt, du musst dich irgendwie durch Elster Online wühlen und so weiter. Und ja, das Finanzamt war langsam irgendwann ein bisschen böse. Ihr wisst übrigens, dass das Finanzamt irgendwas dringend meint, wenn die Briefe auf gelbem oder rotem Papier gedruckt sind, dann solltet ihr langsam reagieren. Gerne auch vorher, aber Arthur hat das so gemacht und hat dann 2018 irgendwann mal selber abgegeben. Und jetzt kam für 2019, wie gesagt, schon lange her, Steuerberater sind überfordert und so weiter. 2019 war ja auch erst die Deadline auch noch so gar nicht lange her. Das heißt, da kam jetzt langsam der bedrohliche Brief, wo dann langsam Konsequenzen angedroht wurden. Und er hat seine Dokumente dann einfach zusammengesammelt, alle in einen Ordner gepackt. Ich habe Karton geschrieben, ganz sübel. Er arbeitet natürlich digital als IT-Berater und hat so einen Dropbox-Ordner gemacht und so weiter. Er hat alles reingeworfen, reingeschoben und hat sich einen Steuerberater gesucht und hat gesagt, lieber Steuerberater, hilf mir, ich komme damit nicht klar, Elster Online ist für mich chinesisch, ich brauche Hilfe. Kann ich euch erzählen, ist eine Geschichte, die passiert jeden Tag in Deutschland, hunderte Male, also genau so. Auf jeden Fall haben wir auch regelmäßig diese Gespräche. Der Steuerberater macht die Arbeit und berechnet folgendes. 2018 hat er noch selber berechnet, aber 2018 hatte er 15.000 € Umsatz im Gründungsjahr, dann 10.000 € Gewinn gemacht. 2019 lief echt gut, Umsatz verdreifacht, Gewinn verdreifacht läuft und das mitten im Vor-Corona-Jahr. Und dann ging es in Corona richtig ab, alle wollten digitalisieren, alle brauchten Unterstützung. Das heißt 2020 70.000 € Umsatz bei 50.000 Gewinn und 2021 hat er sogar 100.000 € Umsatz geknackt und 60.000 € Gewinn gemacht. Muss man da schon ehrlicherweise sagen, Hut ab, erfolgreiche Selbstständigkeit. Es gibt ja immer so diese, ob das jetzt statistisch 100%ig stimmt, weiß ich nicht, aber man sagt ja immer so drei Viertel der Gründungen sind nach drei Jahren wieder erledigt. Im vierten Jahr gibt es nur noch ein Viertel aller Gründungen, weil die meisten es nicht überleben. Deswegen muss man in diesem Fall ja sich Arthur mal anschauen und sagen, Arthur Respekt, du hast es drauf, du kriegst es echt hin und du hast erfolgreiche Selbstständigkeit. Herzlichen Glückwunsch. Das Problem ist, dass Arthur halt super gerne IT-Beratung macht, aber nicht so gerne Buchhaltung macht und das kann halt leider häufiger mal vorkommen. Und ich verstehe es, ich hasse Steuern auch. Das ist der Grund, warum wir das alles versuchen zu digitalisieren und nicht mehr so viel manuell zu machen. Das Problem ist, das Finanzamt nimmt ja den Steuerbescheid von 2018 als Grundlage für die Schätzung der Steuervorauszahlungen. Und 2018 war, wir gucken es uns nochmal an, der Gewinn bei 10.000 Euro. Das heißt, bei 10.000 Euro war er noch nie so besonders hoch. Das heißt, da gab es nicht so besonders viele Vorauszahlungen, die das Finanzamt festgesetzt hat. Und deswegen hat Arthur auch nicht so viel vorausgezahlt. Das Finanzamt wollte ja auch nie irgendwas und hat auch nicht weiter gestört, weil das Finanzamt ja auch nicht wusste, dass Arthur inzwischen schon viel besser verdient. Aber da die Kommunikation so lange dauert, war das Ganze dazu, dass die Vorauszahlung für die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer halt bei Null lag. Und da jetzt 2021 sogar vorbei ist, muss dann jetzt doch echt dringend für 2019 und 2020 eingereicht werden. Wie gesagt, wenn er jetzt einen Steuerberater hat, dann kann er 2020 noch bis Ende Mai machen. Aber ehrlich, Ende Mai ist nicht mehr so lang. Das heißt, er muss jetzt echt Gas geben. Das heißt, 19 und 20 sind sofort fällig und 2021 muss eigentlich auch schon angefangen werden. Das ist so die Situation. Schauen wir uns nochmal an, was Arthur so hatte. Ich weiß, für alle Leute, die jetzt sagen, ein unrealistisches Beispiel, weil so doof ist ja gar keiner, dass ja gar nichts zur Seite gelegt wird. Denkt euch gerne von mir aus auch, dass er 10%, 20% zur Seite geparkt hat. Von mir aus auch 30%. Das ist alles so schwierig zu sagen. Man kennt seinen Gewinn auf Tagesbasis ja relativ wenig, aber das ist so das, seine Geschäftszahlen. Die sehen ja sehr ordentlich aus. Der Steuerberater fängt jetzt an mit seiner Arbeit. Und zwar rechnet der Steuerberater die Steuer aus. Und zwar fängt er mit 2019 an. Und zwar muss Arthur für 2019 keine Umsatzsteuer zahlen, weil er in 2019 die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen kann. Das heißt, keine Umsatzsteuer. Das ist schon mal ganz gut. Bei der Einkommensteuer zahlt er 3.900 € und die Gewerbesteuer 750 €. Okay, soweit kein Problem. Normale Steuernachzahlung, wenn du nichts vorausgezahlt hast, dann kann das mal passieren. Für das Jahr 2020, wie gesagt, auch sofort fällig. Umsatzsteuer, zack, 8.000 €. Mist, warum? Kleinunternehmerregelung war halt nicht mehr möglich. Ist auch blöd, wenn er die ganze Zeit noch die Rechnung so weitergeschrieben hat. Ja, kann man ihm jetzt vorwerfen? Hättest du vielleicht wissen können, hättest du mal aufgepasst. Aber ganz ehrlich, derjenige, der nicht irgendwelche Steuerdinger mal irgendwie verplant hat oder den Überblick verloren hat usw., der kann gerne den ersten Stein werfen. Das passiert leider. Jeder hat das irgendwann, dass man dann den Überblick verliert. Gut, Arthur hat es verpennt, ordentlich Umsatzsteuer nachzahlen tut weh. Einkommensteuer 9.400 €. Wir sehen, uff, das ist mehr als doppelt so viel. Und auch Gewerbesteuer, Gewerbesteuer ist noch viel mehr. Gewerbesteuer ist mehr als viermal so viel. Wie kann das eigentlich sein, wenn die Einkommen gar nicht so gestiegen sind? Also wie gesagt, Einkommensteuer mehr als verdoppelt, Gewerbesteuer mehr als vervierfacht und der Gewinn ist ja nur gestiegen von 30.000 auf 50.000 €. Das heißt, der hat sich nicht mal verdoppelt. Wie kann das sein? Diesen schönen Effekt nennt sich Progression. Und zwar ist in Deutschland das so, je mehr du verdienst, klar, desto mehr musst du Steuern bezahlen, aber auch höher ist der Anteil, den du an die Steuer zahlen musst. Und richtig extrem ist das halt bei den ersten Euros, weil die ersten 10.000 € sind halt bei der Einkommensteuer immer steuerfrei wegen Grundfreibetragen. Bei der Gewerbesteuer sind es sogar 24.500 €, die erstmal steuerfrei sind. Genau, und dann halt nicht mehr. Deswegen steigt das so ganz extrem an, wenn man über diese Grenze kommt. Ja, und das ist dann schon mal eine ordentliche Steuernachzahlung. Wenn ich das alles zusammenrechne, wird es ehrlicherweise ganz schön teuer. Arthur muss also für 2019 und 2020 insgesamt ungefähr 25.000 € Steuern zahlen. Und das tut ehrlicherweise schon richtig weh, wenn wir uns mal angucken, dass er nur 60.000 € pro Jahr verdient hat. Das heißt, es ist schon mal ein halbes Jahreseinkommen und das kann, wenn denn Arthur nichts zur Seite gelegt hat, schon echt das ausbedeuten. Jetzt kommt aber das große Problem und das ist tatsächlich ein Problem. Und jetzt schlägt wirklich der Unsinn überhaupt vom Finanzamt zu und zwar die gefährlichste Steuerart von allen in Deutschland ist oder sind nachträgliche Vorauszahlungen. Weil man könnte jetzt ja hingehen und man könnte jetzt ja sagen, okay Arthur, hast du selber Schuld, hast keine Steuern zur Seite gelegt, musst jetzt 25.000 € zahlen, hast nur 60.000 € im Jahr verdient, das ist schon nicht so schön. Okay, vielleicht hast du daraus gelernt und so weiter. Und jetzt hast du ja einen neuen Steuerbescheid. Das heißt, jetzt hast du ja den Steuerbescheid für 2020 bekommen und jetzt hast du ja eine neue Steuerschuld. Das heißt, du zahlst jetzt bitte auf Basis dieses neuen Steuerbescheids, das heißt dieses 2020-Bescheid, zahlst du bitte ab jetzt voraus. Schön wäre es. Diese neu festgesetzten Vorauszahlungen gelten aber rückwirkend seit dem Zeitpunkt 01.01.2021. Das heißt, diese neuen Vorauszahlungen aus dem Steuerbescheid werden auch rückwirkend fällig für alle gelaufenen Monate seitdem. Und wir reden hier jetzt über den Steuerbescheid für 2020 und wir sind in 2022. Das heißt, wir müssen seit 01.01.2021 rückwirkend vorauszahlen und zwar alle Steuerarten, Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Und das sind nachträgliche Vorauszahlungen. Und ich meine das vollkommen ernst, das ergibt für mich absolut keinen Sinn, warum das so gemacht ist. Man hätte doch gesetzlich ohne Probleme hingehen können und sagen, okay, wenn du einen Steuerbescheid hast, ist ab dem Zeitpunkt, ab dem Datum des Steuerbescheids, musst du höhere Vorauszahlungen leisten. Ja, du weißt vielleicht, dass du mehr verdient hast, das heißt, du weißt jetzt schon mal in deinem nächsten Steuererklärung oder deinem nächsten Steuerbescheid für 2021, da kommt dann wahrscheinlich eine dicke Vorauszahlung. Aber du hättest halt noch ein paar Monate Zeit, dich darauf vorzubereiten, es läuft aber in der Praxis anders. Denn die Umsatzsteuerschuld, die ist ja über 7.500 Euro gewesen jetzt in 2020, das heißt, es müssen monatliche Vorauszahlungen, Voranmeldungen abgegeben werden und auch Vorauszahlungen geleistet werden. Das heißt, Arthur muss jetzt für gesamt 2021 für jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung machen, die Umsatzsteuer sofort abführen und übrigens auch nicht nur für 2021, sondern natürlich auch für 2022. Das heißt, für 15 Monate muss er Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben und muss dies sofort bezahlen. Dazu hat er vier Wochen Zeit, um das alles einzureichen. Bei gleicher Kostenstruktur, wenn wir davon ausgehen, dass ein Geschäftsmodell sich nicht wirklich geändert hat, sind das etwa nochmal 11.400 Euro nachträgliche Umsatzsteuervorauszahlungen für 2021. Tut weh, das gleiche passiert halt auch bei den anderen Steuerarten und zwar müssen wir auch Einkommensteuer und Gewerbesteuer berücksichtigen. Das heißt, die Vorauszahlungen für die Einkommensteuer werden auf Basis des 2020-Bescheides auf 2.350 Euro festgelegt. Das heißt, ein Viertel der letzten Steuerschuld, also dem Scheid von 2020. Das heißt, auch das muss er jetzt bezahlen, viermal, weil das Jahr 2021 hat er vier Quartale nicht bezahlt. Das heißt, auch das bezahlst du bitte. Insgesamt für das ganze Jahr sind es dann 9.400 Euro nochmal für die Einkommensteuer, nachträgliche Vorauszahlungen. Und das Ganze funktioniert dann nochmal entsprechend analog für die Gewerbesteuer. Das heißt, hier greift der gleiche Mechanismus. Das heißt, auch für die Gewerbesteuer sind nochmal 3.600 Euro Steuern fällig. Das heißt, aus den 25.000 Euro Steuernachzahlungen, die hier echt wehtun, wird ein bisschen mehr. Und zwar kommen noch dazu nachträgliche Vorauszahlungen von 24.400 Euro für 2021 und nochmal 6.100 Euro bis 2022 für dieses Jahr. Sind dann insgesamt zusammengerechnet 55.150 Euro, wie gesagt, bei einem Jahreseinkommen von 60.000 Euro. Das heißt, die Steuerschuld hat sich mehr als verdoppelt durch nachträgliche Vorauszahlungen. Und ganz ehrlich, wenn jemand schon so eine Nachzahlung bekommt, also ich verstehe es nicht, warum das rückwirkend dann startet, ist so. Sollte man wissen, sollte man dringend wissen, du hast vier Wochen Zeit, wenn du dann nicht zahlst, dann dauert es halt noch zwei Wochen. Dann kommt eine Zahlungserinnerung und dauert es nochmal zwei Wochen, dann kommt eine Mahnung und dauert es nochmal zwei Wochen. Dann kommt eine Androhung und eine Zwangsvollstreckung und nochmal zwei Wochen ist dein Konto dicht, weggesperrt, kommst nicht mal in dein Geld rein, deine Kunden können dich nicht mehr bezahlen usw. Das ist halt der Staat, der nimmt sich das Geld, der sperrt im Zweifel dein Konto. Da der Steuerberater das ja kommen sieht und weil Steuerberater sowas ja kennen, du weißt es auch, wenn es so eine Konstellation ist, weißt du schon, ist ja der Steuerberater so großzügig und schickt die Steuererklärung noch gar nicht ab, weil er sieht ja, dass du bald zahlungsunfähig bist oder Arthur bald zahlungsunfähig ist. Deswegen schickt der Steuerberater erstmal seine Rechnung und zwar von Höhe von 5.000 €. Ich meine, der hat jetzt auch gerade zwei Steuererklärungen gemacht. Er will erstmal 5.000 € haben, bevor die Steuererklärung abgegeben wird, weil er sieht ja, dass du, nachdem du den Steuerbescheid bekommen hast, nicht mehr bezahlen kannst. Deswegen versucht er sich noch eins reinzudrücken und damit ist dann das gesamte Jahreseinkommen quasi weg. Blöd. Ist tatsächlich so. Natürlich, ich muss an der Studie dazu sagen, natürlich habe ich jetzt gerade auch so Einkommensgrenzen gewählt, die sehr, sehr schmerzhaft sind, wo gerade so die Progression so richtig funktioniert und sowas. Aber jeder, der schon ein bisschen länger selbstständig ist, kennt dieses Gefühl, einen Steuerbescheid zu bekommen, eine Steuerzahlung zu erwarten und dann kommen diese nachträglichen Vorauszahlungen und die so richtig so, die man nicht kommen sehen hat, die auch so richtig wehtut. Und wie gesagt, wir haben einen progressiven Tarif. Also Menschen können nicht ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel Steuern sie zahlen müssen. Da ist so viel hin und her gerechnet mit Gewinnermittlung, wie viel zahlen. Dadurch, wenn es ein bisschen mehr wird, wird der Prozentsatz auch höher und so weiter. Management nach Gefühl, Management nach Kontostand ist absolut zum Scheitern verurteilt. Und ich möchte euch wirklich dringend dazu auffordern, behaltet bitte einen Überblick. Es ist mir vollkommen egal, wie ihr diesen Überblick behaltet. Neb ein Tagebuch, schreibt eure Steuerzahlung je nach Jahr und Steuerart rein. Nicht, dass ihr vergesst, dass ihr eventuell für das eine Jahr noch keine Gewerbesteuer gezahlt habt und die ganze Zeit dachtet, dass ihr es gemacht habt, aber in Wirklichkeit habt ihr für das darauffolgende Jahr die Gewerbesteuer gezahlt. Das passiert unfassbar schnell. Wie gesagt, mir ging es schon zweimal ähnlich, nie so in dem extremen Ausmaß. Ich weiß aber auch, dass ich als Mitarbeiter in einer Steuerkanzlei diese Situation schon häufig hatte, weil es ist halt auch einfach häufig das Unterlagen sammeln. Das heißt, wenn man das immer aufschiebt und aufschiebt und aufschiebt, dann sieht man das ja gar nicht, wie viel das ist. Das heißt, ein klassischer Steuerberater, der nur einmal im Jahr die Unterlagen bekommt oder einmal im Quartal oder so, der ist so weit hinten dran, der kann euch ja gar nicht aktiv darauf aufmerksam machen, außer euch halt regelmäßig dran zu ändern, die Unterlagen einzureichen. Aber es ist gefühlt niemandem wirklich bewusst, was da gerade passiert. Und ich kann mich wirklich an Mandantengespräche erinnern. Ja, es tat mir schon weh und leid, weil ich genau wusste, das können die sich nicht leisten. Ich meine, wir als Steuerberater, ich kannte natürlich auch deren finanzielle Situation. Ich wusste, sie konnten sich das nicht leisten und ich hatte diese Termine, wo ich denen dann sagen musste, oder in dem Fall jetzt, okay, es stehen 55.000 € an. Das tut richtig weh und da hilft leider halt auch kein Steuerberater. Das heißt, was wollen wir daraus lernen? Das ist ja das Schöne, ich habe mir Arthur ausgedacht. Wie gesagt, die Situation gibt es aber tatsächlich regelmäßig immer wieder. Und das ist mir absolut wichtig, behaltet das und ich muss euch da jetzt nichts verkaufen und sonst was. Mir ist wichtig, behaltet immer einen Überblick. Finanzmanagement nach Gefühl ist automatisch immer zum Scheitern für Urteile. Und es geht mir auch nicht darum, dass ihr eure Steuererklärung rechtzeitig macht. Das ist mir ehrlicherweise egal, gebt eure Steuererklärung ab, wann ihr wollt. Wichtig ist, ihr müsst einen Überblick über eure steuerliche Situation haben. Ihr könnt ja auch sehr bewusst sagen, auch wenn ihr heute zum Beispiel die Steuererklärung von 2021 macht und seht, ich muss einiges nachzahlen, ihr habt das Geld aber oder ihr könnt euch darauf vorbereiten, heute schon Geld zur Seite legen, weil ihr wisst, dass ihr das erst Ende Juli abgeben müsst. Und wenn ihr das dann nochmal bewusst drei Monate verzögert und nochmal ein paar mehr Monate habt, um Geld zur Seite zu legen, tut es. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Gefährlich ist, den Überblick zu verlieren und das solltet ihr unbedingt vermeiden und das ist auch mein dringender Appell in diesem Webinar. Natürlich möchte ich an dieser Stelle trotzdem einmal erwähnen, das Kontist Geschäftskonto zeigt euch natürlich auch, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn nicht, schreibt gerne nochmal rein. Ich gehe davon aus, dass viele von euch das kennen. Das ist genau der Grund, also das ist genau die Problematik, warum Kontist so gegründet wurde und genau so entwickelt wurde, wie es entwickelt wurde, weil Kontist zeigt ja mit jeder eingehende und ausgehende Transaktion, wie viel Geld auf deinem Konto wirklich dir gehört und wie viel du zur Seite legen solltest für die Umsatzsteuer, für die Einkommenssteuer und die Gewerbesteuer. Das ist extrem wichtig und das ist der Grund, warum die Kontist App ist, wie sie ist und das seit über sechs Jahren inzwischen. Und damit habe ich euch hoffentlich genug Angst gemacht und jetzt beantworte ich gerne alle eure Fragen. Aki schreibt, ich weiß nicht, ob das hier hundertprozentig reinpasst, aber wenn ich mich vor einem Jahr selbstständig gemacht habe und mein erstes Projekt Fulltime über ein Jahr läuft, falle ich dann in die Scheinselbstständigkeit? Ja, nee. Scheinselbstständigkeit ist erstens auch nicht so wirklich ein steuerliches Problem, sondern eher die Sozialversicherung, also Rentenversicherung sind die ersten, die sich immer beschweren. Aber nur, weil du an einem Projekt ein Jahr gearbeitet hast, bist du noch nicht automatisch scheinselbstständig. Scheinselbstständig bist du nur dann, wenn du wirklich arbeitest wie ein Angestellter, auch nicht nach draußen Auftritt hast, versucht Kunden zu akquirieren und quasi komplett wie weisungsgebunden bist und so weiter. Das heißt, wenn du wirklich eigentlich tatsächlich ein Angestellter bist und das Einzige, was dich unterscheidet von einem anderen Angestellten bei deinem Auftraggeber ist, dass du eine Rechnung schreibst und alle anderen eine Gehaltsabrechnung bekommst, dann bist du in der Regel schon scheinselbstständig. Aber nur, weil du an einem Fulltime-Projekt für ein Jahr arbeitest, das macht dich noch nicht zu einem Scheinselbstständigen. Aki schreibt außerdem, da gilt ja die Regel, dass man maximal 80% vom Umsatz von einem Auftraggeber kommen darf. Aber was ist denn da für der Messungszeitraum? Genau, das sind mehr so Indikatoren. Die 80% stehen nicht so im Gesetz. Es gibt so Indizien, wenn du z.B. nie versuchst, neue Projekte von anderen Kunden zu bekommen, keine Webseite hast. Wie gesagt, wenn du dich wie so ein Angestellter verhältst, dann ja und dann gilt die Umsatzgrenze. Deswegen, das ist jetzt keine gesetzliche Regelung, sondern das wäre ein Indikator, wenn du mehr als 80% verdienst von einem Auftraggeber. Und wenn das der einzige Indikator ist, dann musst du dir keine leise Augen machen. Rolf schreibt, hallo Melchior, ich habe bei meinem Finanzamt den Status als Freiberufler und zahle dementsprechend auch keine Gewerbesteuer. Das ist schon mal gut. Wie ist das denn, wenn ich das durch eine Betriebsprüfung in ein oder zwei Jahren aberkannt bekomme? Das ist schmerzhaft. Deswegen, wenn du Zweifel daran hast, ob du wirklich Freiberufler bist, trag das lieber um. Das Problem nämlich ist, wenn das Finanzamt rückwirkend z.B. in zwei Jahren eine Betriebsprüfung macht, zum Schluss kommt, du bist gar nicht Gewerbetreibender, dann wird das Finanzamt vor allen Dingen hingehen und sagen, ich habe noch keine Gewerbesteuererklärung von dir, lieber Rolf. Jetzt hol doch mal bitte die Gewerbesteuererklärung für die letzten Jahre nach und dann musst du Gewerbesteuer nachzahlen. Das Problem ist, dass Gewerbetreibende die Gewerbesteuer in ihrer Einkommensteuererklärung anrechnen können. D.h. das, was Gewerbetreibende an Gewerbesteuer zahlen, zahlen Freiberufler mehr an Einkommensteuer. Wenn du jetzt aber die ganze Zeit wie ein Freiberufler warst und anschließend schnell das Finanzamt war, als eigentlich warst du Gewerbetreibender, dann musst du die Gewerbesteuer nachbezahlen. Aber jetzt sind die ganzen Einkommensteuerbescheide ja zu. D.h. diese Gewerbesteuer kannst du in diesen Jahren nicht mehr anrechnen. D.h. dann hast du tatsächlich einfach Doppelsteuer bezahlt, was finanziell äußerst ungünstig ist. Deswegen, wenn du da irgendwie Zweifel daran hegst, dass du wirklich freiberuflich bist, beschäftige dich lieber von dir aus jetzt heute damit. Weil das jetzt umzuswitchen, wie gesagt, wenn du jetzt Gewerbesteuer zahlst, dann kannst du sie auch jetzt in deiner Einkommensteuer berücksichtigen und zahlst halt entsprechend weniger Einkommensteuer. Das ist immer ganz wichtig, da gibt es ganz viel Verwirrung. Freiberufler zahlen nicht pauschal weniger Steuern. Die haben halt ein bisschen weniger Bürokratieaufwand, weil sie eine Steuererklärung weniger haben, aber haben keinen wirklichen Steuervorteil. Rolf schreibt weiter. Muss ich dann nachträglich über zwei Jahre das Gewerbe nachmelden und die Gewerbesteuer nachzahlen? Ja, genau. Sorry, hätte ich auch weiterlesen können. Hast du recht. Rolf schreibt außerdem. Und wenn das so sein sollte, fällt mich ja der Ausgleich mit der Einkommensteuer weg. Besteht da eine Gefahr? Rolf. Manchmal ist es ganz gut, einfach zu Ende zu lesen. Das beziehe ich jetzt auf mich. Genau. Du hast dir die Antwort selber gegeben. Genau das, was ich gerade beschrieben habe, ist genau das, was du auch geschrieben hast. Genau das ist die Gefahr. Christoph schreibt, unglaublich wichtig, Kollege von mir ist damit in eine extreme Schuldenfalle gekommen und wird sich die nächsten Jahre da rausschaufeln. Das ist halt wirklich, Steuer ist echt mies. Und auf der anderen Seite sitzt halt der Staat. Und das habe ich gesagt, der Staat nimmt sich das Geld. Der hat alle Möglichkeiten in der Hand, sich einfach das Geld zu nehmen. Und ich meine das wirklich ernst. Es geht vielen Leuten so und es gibt viele Leute, die auch jung, ambitioniert, vielleicht ein bisschen naiv, und da rede ich wieder von mir, gegründet haben und dachten, das wird schon alles. Ich räume das mal auf. Erstmal verdiene ich Geld und dann später räume ich auf. Bitte nicht. Bitte nicht. Nirutan. Jetzt. MBA. Also wegen MBA. Ich erhalte ja eine Art Lizenzgebühr. Was muss ich berücksichtigen? Habe schon Einnahmen generiert, aber noch nicht sehr hoch. Möchte mir aber steuerliche Schäden mit der Buchhaltung ersparen und so weiter. Genau. Merch bei Amazon. Um alle Leute abzuholen, die jetzt sowieso gerade noch zugucken. Ich weiß nicht, ob ihr euch für Merch bei Amazon interessiert oder selber noch Fragen habt. Ihr seid aber natürlich herzlich willkommen zu bleiben. Deswegen hole ich ein bisschen weiter aus. Merch bei Amazon ist quasi z.B. ich verkaufe T-Shirts auf Amazon, überlege ich bin Designer, Grafiker, wie auch immer, habe mir etwas Schönes ausgedacht oder ich habe witzige Sprüche, z.B. The future is freelance und will das gerne auf Pullover und T-Shirts drucken und will das auf Amazon verkaufen. Ich meine, auf Amazon sind viele Kunden. Wenn ich jetzt irgendetwas habe, von dem ich glaube, dass das viele Leute kaufen würden, dann kann ich das verkaufen. Das Ding ist, und das sehe ich immer ganz häufig, die Leute denken, dass sie T-Shirts verkaufen. Verkaufen sie nicht. Also du verkaufst als Merch bei Amazon, als Geschäftsmodell verkaufst du keine T-Shirts. Du verkaufst die Lizenzen an deinen Spruch, an deiner Grafik, an deinem Design quasi, nicht an Amazon, aber Amazon verwertet die. Das heißt, dein Produkt sind die Lizenzen an deinen Designs und Prints und solche Sachen. Und Amazon produziert daraus ein physisches Gut, z.B. ein Pullover oder ein T-Shirt und verschickt das dann an den Kunden. Und du bekommst Lizenzgebühren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist kein Versandhandel. Das ist auch absolut wichtig, weil du hast damit grundsätzlich als Geschäftsmodell nichts mit E-Commerce zu tun. E-Commerce ist nämlich echt ein bisschen eine haarige Angelegenheit. E-Commerce, auch Dropshipping, bitte ganz vorsichtig sein. Das ist steuerlich alles sehr, sehr schwierig. Du verdienst Geld mit Lizenzen und die bekommst du von Amazon. Das heißt, damit hast du quasi so eine Art Dienstleistung. Das heißt, das sind quasi wirklich sowas wie eine Dienstleistung, die du ausführst für Amazon. Und die musst du selbstverständlich versteuern. Ich glaube, du kriegst von Amazon nie eine wirkliche Gutschrift. Gehe ich mal davon aus. Das heißt, du musst genau überlegen, wo ist Sitz von Amazon. Der Europasitz ist in Luxemburg. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Merch bei Amazon auch hundertprozentig so ist. Das heißt, du bekommst ja wahrscheinlich – korrigiere mich, wenn das falsch ist – du kriegst einfach Geld von Amazon die ganze Zeit überwiesen. Erster wichtiger Punkt, du musst bitte für deine Buchhaltung Rechnung schreiben, weil du brauchst für deine Buchhaltung eine Rechnung. Und wenn der Sitz, also die Zentrale von MBA, also Merch bei Amazon, auch in Luxemburg ist, dann sind diese Umsätze Reverse-Charge-Umsätze. Das heißt, du musst auch keine Umsatzsteuer ausweisen. Das heißt, wenn du 500 Euro ausgezahlt bekommst, kriegst du die einfach auf dein Konto. Dann musst du nur für deine eigene Buchhaltung eine 500 Euro Rechnung, eine Reverse-Charge-Rechnung schreiben. Die musst du nur für dich machen. Die musst du nicht abschicken an Amazon. Es geht wirklich nur dafür, dass du das für dich in deiner Buchhaltung dokumentiert hast. Das ist auch wichtig, damit das Finanzamt bei Reverse-Charge-Umsätzen nicht irgendwann auf die Idee kommt, dass du darauf noch Umsatzsteuer zahlen musst. Das heißt, das ist für dich wichtig. Und dann hast du eine normale Buchhaltung. Dann kannst du alle dazugehörigen Geschäftsausgaben absetzen. Dann hast du diese Lizenzeinnahmen und so weiter. Und wichtig ist, dass es ein Dienstleistungsgeschäft ist. Es ist kein Versandhandel. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das umsetzsteuerrechtlich eine ganz andere Liga an Komplexität ist, wenn du tatsächlich Versandhandel betreibst. Das heißt, wenn du selbst T-Shirts bedruckst und den Stapel T-Shirts hast und die dann einpackst und verschickst und so weiter. Ganz andere Geschichte. Übrigens auch, wenn du dir irgendwann überlegst, meine Margen könnten viel besser sein, wenn ich die selbst bedrucke. Und Amazon kann dir immer noch verschicken und du nutzt quasi das Fulfillment-Angebot von Amazon, also FBA, dann bist du auch der Versender. Und dann bist du im Versandhandel und das ist steuerlich deutlich aufwendiger. Anderer wichtiger Punkt, und dann habe ich glaube ich alles erzählt, was mir spontan dazu einfällt, zu dem Fall. Du musst bitte auch schauen, ob du freiberuflich oder gewerblich tätig bist. Wenn du jetzt Artist bist und, keine Ahnung, künstlerisch tätig bist und irgendwas per Hand malst, also wirklich auch die Kreativität im Mittelpunkt steht und du selbst diese Dinge erbringst, dann könntest du Freiberufler sein, weil Künstler sind Freiberufler. Wenn das für dich eher so ein mechanisches Erstellen ist oder sogar die Erstellung der Designs auslagerst, dann bist du kein Künstler, dann bist du Gewerbetreibender. Und dann musst du dich als Gewerbetreibender anmelden, falls du es nicht schon gemacht hast. Das ist aber so beim MBA so der Zwischenpunkt. Und auch ein Hinweis, weil da gibt es auch immer sehr viel Verwirrung, wir haben tatsächlich einige Merch bei Amazon Mandanten. Das heißt, wenn du Unterstützung brauchst bei der ganzen Buchhaltung und Steuern und so weiter, findest du in der Videobeschreibung, im ersten Link, findest du einen Link zu unserem Angebot. Das kannst du dir mal angucken und so, aber wir könnten auch die ganze Buchhaltung und Steuern und so weiter für dich übernehmen. Es gibt immer ein bisschen Verwirrung, weil wir keinen E-Commerce machen, aber wie gesagt, du machst keinen E-Commerce, du machst Lizenzvergabe. So, Business Partner hat noch eine Frage. Ich habe schon vor Beginn meiner selbstständigen Tätigkeit noch keine Steuernummer, Umsätze gemacht und Rechnungen als Privatperson mit Umsatzsteuer geschrieben. Wie läuft das nach der Gründung? Schwieriger Fall, weil als Privatperson kannst du keine Rechnungen mit Umsatzsteuer schreiben. Das heißt, die Rechnungen sind falsch. Sorry, wenn ich das so direkt sage. Das heißt, diese Umsatzsteuer musst du auch abführen. Sobald, also wenn du Umsatzsteuer ausweist, du warst dann einfach früher schon selbstständig, auch wenn du dich noch nicht angemeldet hattest. Das heißt, das solltest du nachholen. Das heißt, da solltest du idealerweise für die Monate, in denen du Umsätze gemacht hast, also auch Umsatzsteuer-Fonds-Meldungen nochmal abgeben. Im Zweifel rufst du einmal beim Finanzamt an und sagst, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe es vergessen, das würde ich nicht machen, sondern ich würde für die Monate auch eine Buchhaltung machen und die Umsatzsteuer-Fonds-Meldungen übermitteln. Was an der Stelle wichtig ist, du kannst natürlich auch ab dem Zeitpunkt schon deine ganzen Kosten und Ausgaben, also deine Geschäftsbetriebsausgaben, kannst du natürlich auch schon gegenrechnen in der Zeit. Das ist das, was ich machen würde. An dieser Stelle trotzdem, auch wenn ich einige Namen von euch tatsächlich kenne, das heißt, ich weiß, dass einige von euch auch diesen Kanal schon abonniert haben, wenn du diesen Kanal nicht abonniert hast, dann ist genau jetzt der perfekte Zeitpunkt, das zu tun. Wunderbar, dann bedanke ich mich bei euch und wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, ciao! Ciao, ciao!